Ja, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt nehmen möchte. Kann ich damit, warte mal, wenn ich jetzt mal hier, ne, kann ich nicht, bunte Blume, noch ein Rezept leeren, okay, bunte Blume weg. Vier Nägel haben wir schon mal, warte mal, die kann ich direkt mal da hinten reinpacken, dann kriegen wir vielleicht die Brücke auch repariert, wir brauchen zehn Nägel und nochmal fünf Bohlen, ich brauche nochmal so einen Speicher, ne, das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Warte mal, ich kann auch einfach in Baummodus, Baummodus, so, und dann nochmal hier einen hin. Dann nehmen wir nochmal zwei Bohlen und zwei Bleche, wir haben ja jetzt das Moped hier, dann können wir jetzt Metall sägen, in der Hoffnung, dass wir da, genau, Blech rauskriegen, sehr schön. Gut, ah, ey, so viele Sachen und so wenig Speicherplatz, ich hasse das in Spielen, wirklich, ich hasse es, weil ich will auch, ich will auch alles mitnehmen. Das ist ja das Problem, ich will alles mitnehmen, da haben wir, glaube ich, nochmal wilde Beere. So, ja, damit, aufheben, so, zack, alles mitnehmen. Das können wir theoretisch alles jetzt sägen, warte mal, Bohlen sägen, ah, okay, dann machen wir das doch auch mal weg. Dann brauchen wir nicht so lange, hoch, Hilfe, brauchen wir nicht so lange, ähm, laufen. So, zack, okay, kann ich eigentlich rennen, nee, ne, nee, hier zu Earl zurück, gebackene Pilze. Okay, warte mal, dann mach ich das mal eben, hä, was ist das denn, Salat? Inventar ist voll, ah, zweimal Salat, äh, Inventar ist voll, ja, sehr schön. Achso, warte, ich wollte ja erst das machen. Oh, Wasser brauche ich auch. Oh Gott, ich komme hier gar nicht hinterher, warte mal, so, warte, und Hunger habe ich auch schon wieder, das gibt es doch nicht. Gießen. So, okay. Ähm, dann einmal noch da, dann packe ich erstmal die Sachen wieder rein, Nanotransfer. Können wir später auch mal machen, dass wir hier die Büsche vielleicht mal ein bisschen, äh, ne, transferieren. So, zack, dann erstmal hier die Sachen rein, obwohl das behalte ich mal. Äh, Stromkabel kann rein, das Plastik kann da rein, das kann rein. So, dann machen wir das erstmal so. Ich brauche unbedingt eine Platzerweiterung. So, dann reden wir mal mit Earl. Äh, was hat, der hat ja eigentlich auch Speicher, ne? Pass auf, dann schmeiße ich das erstmal hier rein. Okay, eine Frage stellen. Bis später, okay. Ja, 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 ja. Äh, jetzt weiß ich, wie man Pilze backt. Du bist ein Pilz, virtuose Chef. Mein alter Boss, ein meisterhafter Kochsendungsmoderator, hätte das auch gesagt. Weißt du, was den einfachen Koch vom Genie unterscheidet? Einfache Köche folgen dem Rezept genau. Genies erfinden einfach welche. Erfinder ein Rezept für Heidelbeermarmelade, wenn du gerade nichts zu tun hast. Koste es und vertraue auf deine Sinne und deinem Instinkt. Lass deine kreativ freien Lauf. Los, schaffe etwas und frag nicht, wo ich das her habe. Heidelbeeren. Weißt du, wie man einen Fisch filetiert? Ich gebe dir ein paar Tippen meines Lehrers. Schneide den Fisch in Le... Ja, das haben wir ja schon gemacht. Wie wäre es, wenn du lernst, wie man aus diesem Filet ein Fischsteak mit Grünzeug zaubert? Das schaffst du, ich weiß es. Steak und Grünzeug. Ich belüge mir ein Rezept dafür. Okay. Die Frage... Wir brauchen natürlich... Wir brauchen natürlich... Ich sollte mal Wasser holen, ne? Heidelbeermarmelade. Warte mal, kann ich das jetzt... Ich will mal kurz schauen, wenn ich das jetzt hier reinschmeiße... Okay, passiert nichts. Ne, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ähm... Gut. Fischsteak. Ich baue die Brücke. Wir sollten erstmal die Brücke fertig bauen, ne? Ja. Bevor wir andere Sachen machen. Grünzeug und Fisch. Das wäre natürlich gut. So, dann könnte ich das hier auch wieder mitnehmen. Und die Kacke hier, ganz ehrlich, ey. Mein Gott. Drei brauchen wir noch. Warte, haben wir hier nicht... Irgendwo in der Nähe noch was? Warte mal, hier hinten haben wir doch noch welche. Ah, da muss ich auch mal gucken, dass ich die Kacke wegkriege hier. Äh, das ist ja nervig. Sehr lästig. Warte mal, ich hole mal nochmal ein Spray. Äh, wir haben ja hier nochmal. So. Und dann... Machen wir hier nochmal. So, zack. So, tschüss. Und tschüss. Die schützt sich, glaube ich, ne? Ah, ich kriege Schaden, ja. Okay. Die schüsst... Äh, es schüsst. Die schützt sich. Da können wir gleich nochmal gebackene Pilze machen. Dann müssten wir jetzt drei haben. Habe ich, glaube ich, auch beim Öl reingelegt. Und Nägel müssen wir noch herstellen. Da müssen wir gleich mal Altmetall nochmal rausnehmen. Hallo, Ölfe? So. Evolution, bla bla. Ah, hier ist es riesig, ne? Dieses Dach ist einfach riesig. Okay, pass auf. Pilze. Ich nehme mal die Pilze. Hatte ich hier nicht Pilze drin? Hatte ich hier nicht Pilze? Hatte ich hier... Wollte ich denn nochmal die Pilze? Da habe ich noch einen. Ähm, das kann hier rein. Zack, zack. Ich muss echt aufpassen. Ich brauche nochmal Holz. Ich muss echt aufpassen. Warte mal. Ich nehme das mal raus. Kaviar. Ah, warte mal. Kaviar kann ich auch essen. So. Hm, lecker. Ich glaube, hier hatten wir Dings drin, ne? Ne, hatten wir nicht. Egal, ich packe es mal einfach da rein. Egelschwanz. Hm. Ähm. Holz brauche ich. Ah, ich brauche zu viel. Das gibt es doch nicht. Einmal, um das Feuer zu entfachen. Dann können wir nochmal gebackene Pilze uns rein dollern. So, zack. Und einmal essen. So. Ähm, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt nehme ich mal das Altmetall eben draus, um die Nägel mal eben schnell herzustellen. Wo haben wir es denn? Wo haben wir das Altmetall? Automatisch sortieren. Finde ich auch sehr gut. Haben wir es hier reingeschmissen? Da haben wir noch ein bisschen. Äh, sechs Nägel bräuchten wir jetzt noch, ne? So, pass auf. Äh, Bauteile. Hier ist es nicht. Verbrauchsgüter. Hier. Wie viele macht der dann? Einmal. Okay. Drei, vier, fünf, sechs. Passt genau. Dann haben wir die Brücke fertig, ne? Ja. Zack. Nice. Okay, wir müssen... Ah, okay. Fünf Bohlen. Und was brauchen wir da? Nochmal sechs Nägel. Ich komme hier nicht mehr raus, doch. Okay, wir brauchen eine Menge Holz dafür, ne? Abernten. Ja, nice. Und einen Regenwurm haben wir bekommen. Sehr schön. So, pass auf. Salatsamen. Nochmal hier rein, ne? Okay. Dann packe ich das Salätchen erstmal hier rein. Den Regenwurm. Ja. Da könnte ich theoretisch mal eben angeln gehen. Weil ich möchte erstmal eins machen, ne? Wir haben ja natürlich auch noch, ähm... Ich brauche den ersten... Zwei von sieben. Ja, ey. Das wird noch lange dauern. Ähm. Und da unten weiß ich auch noch nicht, was das ist. Aber vielleicht können wir, wenn wir den... Smart-Turm... Da können wir ja auf Expeditionen und so weiter gehen. Flüssigkeit entnehmen. Nicht genug leere Flasche. Okay. Aber wir haben hier überall noch Sachen, ne? Ah. Wir haben hier überall noch Sachen rumliegen. So. Was braucht er denn? Dreimal Matrix, dreimal... Zweimal Trafo und... Viermal Glühbirne. Okay. Glühbirne haben wir noch. Warte mal. Ich nehme mal direkt mal Holz mit. Vor allem das hier alles, äh... Ich brauche echt irgendwie ein Lager oder so. Oder irgendeine Sammelstelle. Ähm... Glühbirne. Da haben wir zwei. Ich denke mal, ich brauche Altmetall, ne? So, Herstellung. Wir brauchen auf jeden Fall... Leere Flasche brauchen wir nicht. Bauteile. Glühbirne. Dafür brauchen wir Stromkabel, dreimal Plastik. Wir haben weder noch... Okay. Vier Glühbirnen brauchen wir. Scheiße, ich hab... Ich muss nochmal gucken gehen. Ah, das gibt's doch nicht. Es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall, äh, ne? Schwierig. Aber kann ich das nicht? So, anpinnen. So, da haben wir schon mal zwei. Ach, guck mal, da oben haben wir's dann. Sehr schön. Ähm... Das wird wahrscheinlich die Drohne sein. Ich nehme mal hier ein paar Sachen mit, ne? Flüssigkeit, nicht genug leere Flasche. Okay, einfache Hammer benötigt. Aufheben. Ach, guck mal, da haben wir schon mal zweimal Stromkabel. Sehr schön. Äh... Zerlegen. Tut mir leid, Kollege. So. Speichermodul. Sehr schön. Prüfen. Heilige Klemme. Das ist ein Mini-Roboter. Eine unabdingbare Hilfe im Haus. Er kennt jede Menge Befehle und übernimmt gerne alle möglichen, einfachen Aufgaben. Leider ist der kleine Kerl kaputt, aber ich glaube, ich weiß, wie er funktioniert und kann einen neuen bauen. Ich muss nur einen programmierenden Kern finden. Mini-Roboter. Eine mechanische Gehilfe, der verschiedene Aufgaben erlegen kann, aber auf... was? Aber aufgeladen werden muss, sieht... was? Sieht mit einer Kopfbedeckung besonders goldig aus. Ölkanne, Matrix, programmierbarer Kern. Okay, wir machen erstmal den Smart-Turm, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. Inventar-Zelle. Warte mal, kann ich das nicht? So, aufheben, aufheben. Zerlegen, Bohlen, Sägen. Dann kümmern wir uns schon mal hier ein bisschen drum. Einfacher Hammer, einfacher Hammer, Bohlen, Sägen. Dann mache ich das auch schon mal. Dann haben wir es nämlich hinter uns. Huch, Hilfe. Okay, dreimal Matrix. Das wird natürlich jetzt... Wir verlieren aber auch sehr schnell Hunger, ne? Sehe ich gerade. Wir verlieren sehr, sehr schnell Hunger. Was brauchen wir für die Matrix? Fangen wir da mal mal an. Elektrolytische Lösungen, Plastik, Mikrochip. Dachgeräte, Stands laden. Okay, wir könnten aber schon mal ein Trafo herstellen. Ein zumindest. Stromkabel brauche ich wieder Plastik. Dann machen wir die zwei Trafo. Die Glühbirne auf jeden Fall. Glühbirne. Was brauchen wir jetzt nochmal? Plastik, ne? Die Glühbirne auf jeden Fall. Ich habe keinen Platz mehr. Scheiße. Mann! Überall diese einzelnen Sachen. Nanotransporter pack ich auch erstmal hier rein. Ähm, so. So, Stromkabel. Da haben wir zwei. Dann haben wir schon mal zweimal Trafo. Dann brauchen wir zwei Glühbirnen. Da brauchen wir ein Stromkabel. Okay. Ein Stromkabel. Wir haben kein Altmetall mehr. Nein! Hier kriegen wir, glaube ich, nur Bleche raus, ne? Ja. Ich müsste so eine Dings finden, glaube ich. Ähm. Na, wie heißt es? So eine Kiste, ne? Warte mal, kommen wir jetzt eigentlich da hinten auch lang? Nehmen, nehmen, Wildblumen. Ich muss auch für... Ich muss echt aufhören, alles zu nehmen, ne? Ich muss damit echt aufhören. So, Metallsegen. Da müssten wir jetzt eigentlich da durchkommen, glaube ich. Jo, kommen wir. So. Wohl ein Segen. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Ne, wir kommen hier gar nicht rüber, ne? Flüssigkeit entnehmen. Aber wie kommen wir denn da rüber? Irgendwie so, oder da? Nitama benötigt. Ich will da rüber! Mann! Ähm. Ja, ich weiß, ich habe wieder Hunger. Na, ich sollte vielleicht nochmal einen Fisch machen, ne? So, Wasser. Zack. Abernten. Ah, Mist, wir sind voll. Scheiße. Ist schon ein leicht braun geworden, das Ding, ne? Hier kann ich das noch platzieren. Mehr aber auch nicht. Speichermodul. Das gibt es doch nicht, ey. So, zack. Zack. Metallrohre. Pass auf, die zweimal Trafo bringe ich eben weg. Dann nehme ich nochmal den Salat auf. So, zack. Okay. Eieieieiei. Eieieieiei. So. Für was brauchen wir eigentlich nochmal, ähm... Zweimal Blume, zweimal Salat, zweimal Biomasse. Es wird schon wieder dunkel. Ah, das gibt es doch nicht. Eieiei. Zweimal Blume, zweimal Dings. Und Biomasse. So, zack. Dann können wir uns nochmal ein kleines Salätchen herstellen. So, und das kann ich eigentlich mal rausnehmen, um es zum Feuern nehmen, ne? Ne. Vielleicht das nicht hier. Ne. Ich wollte... Nein, ich wollte nicht das essen. Ich wollte das essen. Ähm, pass auf, dann packe ich das mal hier rein. Theoretisch kann ich das... Ne, das kann... Doch, das kann ich auch reinpacken. Dann packen wir das einfach erstmal da rein. Der zieht das dann automatisch raus, ne? Das finde ich schon mal sehr gut. Dann sollten wir vielleicht hier auch... Ja, das lasse ich mal da drin. Äh, ich habe Angst, Penn zu gehen. Ich habe Angst, Penn zu gehen, ne? Naja. Das ist ein bisschen so ein Problemchen. Das ist ein bisschen so ein Problem. Amen.